Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Blood Omen. Wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir hier jetzt genau sind. Wir haben zumindest beim letzten Mal Maleks Festung erledigt. Ah stimmt, Nebel. Ähm... Nein. Ja, okay. Den Nebel haben wir ja schon. Sehr gut. Das wird uns viele Probleme lösen. Nein. So. Äh... So. Okay. So. Sehr schön. Hier herrschte der Schwarze Wald. In sein Königreich drangen nur selten diejenigen vor, die das Tageslicht lieben. Es war allerdings das Zuhause des geheimnisvollen Forador. Die Legende besagt, dass Forador einst den Sarafahn Malek besiegte. Sollte so jemand wirklich existieren, wäre er der Schlüssel zum Sieg über die Wächter. Ja, und wir können jetzt einfach, äh, im Flea Mosk-Stadt hinfliegen. Ähm... Machen wir natürlich nicht. Sehr schön. Wir könnten jetzt ja nach da oben. Könnten aber auch nach da hinten. Aber wir versuchen einfach erstmal... ...hier rüber zu kommen. So. Das ist böse und gemein. Wollen wir da die Äxte wieder für? Also dieses Gebiet hier zieht sich ellenlang. Ich bin von diesem Gebiet auch kein... ...besonders großer Fan. Wobei die Geschichte dahinter natürlich toll ist. Eieiei, ja. Stimmt. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Fünf Worte an die wir müssen. Ja, durch den Soft dürfen wir natürlich nicht. Das wir müssen als Geist hier durch. Das dann nehmen wir schon mal mit. So. Und hinein mit uns. Das Blut von Zeitaltern ist so süß. Trinke aus uns. Deine Stärke ist durch unser Blut gewachsen. Das ist sehr schön. So. Jetzt sind das nur nur vier Orte. Am besten so. 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 Laufen wir jetzt am besten unten lang. Ich weiß nicht mehr in welchem Gebäude was drin war. Das schlimmste finde ich wie schnell unsere Marquis sich aufbraucht. Natürlich sind wir noch nicht drüben. Natürlich sind wir noch nicht drüben. Wär auch zu einfach. So. Dragen noch über den Schäft. So. So. Hey, Big Bang! So. 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 Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Omen! Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Es ist eine Ewigkeit, dass ich aufgenommen habe. Wird auch gerade so zum Standardspruch. Ich weiß gar nicht, haben wir das Ding jetzt schon? Haben wir es noch nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben es noch nicht. Ich muss jetzt gerade erst mal nachgucken. Nein. Nein, haben wir nicht. Ähm, Mist. Ich möchte jetzt erst mal noch meine Waffe wechseln. Weil sonst ja keine Salem, hör auf jetzt! Lass das sein! Du sollst das nicht machen. Das habe ich ja schon tausend Mal gesagt. Die Äxte. Ja, die Äxte. Ich will aber das Schwert. Einschwert. Ich will das Einschwert. Ein von denen. Nein, nicht ein von denen. Ich will einfach nur... Mein kleines Baby. Erstmal. Perfekt. Das brauchen wir wahrscheinlich am ehesten. Und dann... Nein! Und dann wollen wir mal gucken, wo wir hier hinkommen. Oh, der ist ein Grafikfehler an der Lebensanzeiger. Aber es wird uns nicht weiter stören, solange das Spiel funktioniert. Damit kann ich mein eigenes Blut als Waffe einsetzen. Wenn der Gegner getroffen ist, fließt sein Blut in meinen Körper und füllt mich mit Leben. Das birgt zwar einige Risiken, jedoch die Belohnung ist reizvoll. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Ja, jetzt dürfen wir erst mal warten. Drei Hude Bio, die Jahre später. Also wir werden noch einige Zeit an diesem Spiel sitzen. Ja, ich weiß gar nicht. Knapp bei der Hälfte, würde ich sagen. Ich werde dieses Spiel auch nicht auf 100% spielen. Also ich werde nicht jedes Secret und so weiter und jedes Item holen. Äh, ich will mich halt hauptsächlich auf die Story konzentrieren. Und... Ja, ich hoffe, das ist für euch kein Problem. Und... Ja. Ich freue mich auch schon so, wenn wir irgendwann den zweiten Teil spielen können. Also... Mit zweiten Teil meine ich in dem Fall sogar... Nicht Blut auf zwei. Also... Diese Reihe hat ja fünf Teile. Irgendwie ist das hier mega laut. Wird das also für mich... Das ist das Falsche. Die verschiedene Seite. Aber ich glaube, das konnte man gar nicht leiser machen. Ja. Ich glaube, ich muss das so... Für mich leiser machen. Ohhhh... Das ist gerade mich nochmal mangeladen. Ähm... Also diese Spielreihe hat fünf Teile. Das ist gerade verdammt mies. Nein! Ach, jetzt habe ich dieses ekehafte Gift in mir. Das ist nicht toll. Das ist ganz schön mies. Ähm... Da ist Giftheilung. Äh... Ja... Sind wir da erstmal hier? Da! Müssen wir da hinpacken? Weil wir in die Mitte keine Items rein platzieren können? Ähm... Nein? 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 Ach... Nein! So... Ich komme hier gerade mit der Störung nicht wieder ganz klar. Nein! So... Einmal ganz gut. Jetzt selber auftragen. Und für das vielleicht ein bisschen schwer ich mit dem Sprechen. Weil ich mir eine schöne Brandblase aneinander zugezogen habe. Und das ein bisschen weh tut beim Sprechen. Will ich mich da als... Ja, komm, machen wir. Dann... Ringen wir da halt rüber. Und das ist halt sehr unangenehm beim Reden. Cain! Hallo! Dreh dich doch mal in die Richtung! Der Chefs-Controller schon wieder. Das kann doch kritisch werden. Hallo! Oh Mann! Oh Mann! Die rennen nicht weiter, wenn ich nicht will, dass du weiter rennst! Nichts! Du wirst hinter mir sein! Ne... Ja... Ich will nicht wieder vergiftet werden. Hört keinen... keinen Nerv drauf. Oh! Okay. Das war doch ein bisschen sehr hart. Was? So? Nein. Ja. Ich wollte es nur noch mal ausprobieren. Bäh! Glibber! Glibber ist eklig. So. Dann. Wir sind da nicht zwangsläufig drauf angewiesen. Auch hier. So. Damit kommen wir auch wieder raus. Hoffe ich. Bis rauskommen. Ach nee, noch nicht. Nein. Ach. Gut. Will ich das erstmal wieder machen? Ich will eigentlich... Ja. Soll ich dich denn jetzt erwischen? So. Ja. Sehr schön. Hallo! Du stehst nicht noch mal auf? Ich hatte in Erinnerung, dass diese... Nochmal! Ja, das tut sie tatsächlich! Ich muss sagen. Oh, ab! Ich muss sagen. Oh, ab! So. Schön! Das war so. Ja. Du hast es nicht gewonnen. Oh, nein. Ich steckte dich alles. Ich bleibe! Ihr war ja, das war ja. Ich war ja. Ja, ich greife jetzt zu unfairen Mitteln, ich weiß, aber... Ich liebe dieses Schild! Ähm... Nein! Ich verwechsel gerade immer noch die Tasten, es tut mir leid, es tut mir echt mega leid. Aber irgendwie... kriegt das hier mit diesen... Da kann man auch nicht ganz... Was? 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 Hallo? Ja! Cain, hörst du auf! Scheiße! Ich komm gerade weg! Ähm... So, ganz toll! Hat super geklappt hier alles! Ich hab grad kein Internetverband... Gott, ist das auch gerade echt... Scheiße, der wird wieder aufstehen. Ja, die kann man so nicht besiegen, tatsächlich. Ah, okay! Ah, okay! Kleine Fails müssen auch mal sein. Das war ein kleiner großer Fail. Gut, aber ich konnte da nichts für. Ich hätte das Team halt einfach schließen müssen. Vorher. Ähm... Ich habe das Team nicht geschlossen, also... Ja. Scheine über mein Haupt. Guck dir nicht an, dass plötzlich die Internetverbindung bricht. Ach ja... Immer wieder was Neues hier. Dann... Muss ich jetzt mal weitergucken. Äh... Also... Hier hinten waren wir ja schon... Dann waren wir hier. Dann geht es jetzt nach da hoch. Mach ich mal wieder schnelles Geist. Ich bin da nicht auf die Ereger gewesen. Und dann geht das hier hinein. Ach... Das sind meistens alles solche Zauber, die wir eigentlich rein theoretisch nicht mehr beruhigten. Sie sind essentiell nicht wichtig für den Verlauf des Spiels. Nicht immer. Meistens kann man die Sachen halt durchtöten. Ganz einfach erledigen. Ich nehme sie trotzdem mit, weil sie hier auf dem Weg sind. Und... Keines Umwegsbedarf. Deswegen. Ne? Und so... Spann ich euch nur ein bisschen auf die Folter, bis wir... Weiter kommen. Ich habe so das Gefühl, ich brauche es. Aktuelles Ne. Ne. An Trolle habe ich noch nicht... Ich dachte gerade weil... Weil Kriege es hier... Weil ich hier jetzt kriege dann... Mit diesem Zauber kann man Gegner versklaven und ihren Geist kontrollieren. Wenn ich sie von dem Zauber befreie, sterben sie und ich kann ihre Seelen mit meiner eigenen ersetzen. Ja, gut. Wir werden dann jetzt nochmal ganz kurz rausgehen, weil ich somit ein bisschen Mist gebaut habe. Sonst sind sie wieder da. Nein, sind sie nicht. Ah, okay, ich komme auch nicht wieder raus. Äh, Mist gebaut. Okay. Ich muss meine Konsequenzen leben. Ach, Chagrza. Wir dürfen uns halt nicht zaffen lassen. Von niemandem. So, ich meine, wir können jetzt wieder raus. Aber warum er das Produkt nicht zu sich genommen hat, weiß ich nicht. Ach so, okay. Gut, das können wir uns vielleicht auch später holen. Ich weiß es nicht. War hier noch was? Okay, ich hätte jetzt hier irgendwas... Irgendwas Feld habe ich betätigt. Falls er es gemacht hat, weiß ich nicht. Ach, dass wir da jetzt raus können. Wenn wir nicht weiter wollen. Ich will einfach nur... Ich frage mich, warum das Leben-Ding da nicht aufgenommen wurde. Ach, du grüne Neuner. Nein! Ach, Mist. Mist, verdammte. Okay, jetzt müssen wir warten. So, weiter geht's. Und noch einmal das Ganze. Nein! Okay, gut. Dann werde ich erstmal ganz kurz ins Zauber hier. Ich habe keinen Bock, so lange wieder zu warten. Ich will eigentlich nur das, äh, Energie-Ding da haben. Ruhe. Ganz knapp. Nein! Wahrscheinlich habe ich dann da... Gleich... Äh... ...nen Weg, um... ...da hoch zu gehen. Ich hoffe, das hat sich jetzt hier nicht in Luft aufgelöst, während ich hier rein- und rausge... ...durch bin. Nein. Sehr gut. Hau ab! Hau ab! Lass mich. Lass mich. Lass mich einfach. Lass mich. So. Also, in diesem Spiel wird sehr viel gewechselt an Items und Magie. Okay. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr nice. Ich glaube, ich habe es heute geschafft. Wow. Okay. Nein, hier komme ich gerade noch nicht weiter. Äh... Ja... Ja... Ja, natürlich. Langsam wird's albern! Ich töte immer zuvor schnell. Es ist nicht gut. Ja. Das ist echt einfach nicht gut. Oh Gott! Nein! Hehehehehehe. Hehehehehehe. Geh... g Knob daneben. Ist auch vorbei. Näää.. Ist das anstrengend. Ich bin fast tot. Nein! Sag mal! Jetzt reicht's aber. Gut. Ähm. Ich werde das mal kurz. Wir sollen es gleich wieder, wenn ich es geschafft habe. Ich werde das mal kurz.